So, jetzt kommen wir zurück zu Rocket League. Mei, ist schon wieder so lang her. Meine Güte, das wird ja langsam zur Gewohnheit, dieses... Dieses... Jedes Quartal kommt mal ein Video. Ne, das geht nicht. Aber willkommen zurück. Äh, hallo? Ah, okay, jetzt halt. Ähm... Ja, was geht? Halt. So, okay. Also, was ist passiert? Mir geht's immer noch gut. Ich bin immer noch nicht gestorben. Menschen vermuten wahrscheinlich einfach schon, dass ich immer tot bin. Und ich hab jetzt immer welche Double, die ich anheuern muss. Nein. Also. Wie ich ja in meinem vorherigen Rocket League Video angekündigt hab, kamen die nächsten... Also, kamen die letzten Wochen. Und ein, zwei Monate kamen halt einfach sehr wenig. Ähm, okay. Kein Problem. Ähm, wegen meiner Prüfung. Beziehungsweise wegen meinen Prüfungen. Und... Tatsächlich... Haltet euch fest. Ich bin explodiert. Ich hoffe, das war cool. Da ich das jetzt so... Nein. Ähm... 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 Danke an meinen... Danke an Cronaldo. Äh... Ich spiel jetzt hier grad live. Also, ich guck mir jetzt grad kein Replay an und denk mir... Boah, hab ich da kacke gespielt. Sondern... Das bin tatsächlich jetzt ich in vollem Fleisch und Blut, der da spielt. Oh je. Okay. Ja. Okay, wo war ich? Ach genau, ich hab Prüfung gemacht. Ja. Und jetzt bitte festhalten. Natürlich hat Revo Gaming die Prüfung bestanden. Schön. Da kann man mal schöner zu sagen. Da gibt's mal von mir so einen kurzen Applaus, dass ich die Prüfung bestanden hab. Ich hab sie gut bestanden für die, die es mehr interessiert. Die Noten, die... Ne, das sag ich nicht. Weil vielleicht ist ja bei mir auch ein Vierer gut. Ja, genau, deswegen... Ich hab bestanden. Und... Ja. Und jetzt bin ich quasi fertig. Also sprich, jetzt sagen Leute... Was? Heißt das etwa? Du hast wieder Zeit? Ja, 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 ja. Doch. Kann man so sagen. Kann man tatsächlich so sagen, ne? Da ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit hab. Also sprich, es wird jetzt tatsächlich wieder regelmäßiger wird Content kommen. Und das ist jetzt... Das ist jetzt das letzte Mal, dass ich das sage. Wenn es jetzt nochmal passiert... Ach, du dummes Sackes... Entschuldigung, darf ich nicht sagen. Ähm, wenn es nochmal passieren sollte... Dass ich... Jetzt... Wieder in... Erst 2020 was hochlade... Dann... Weiß ich nicht. Dann... Dann bekommt irgendein Dritter meine Zugangsdaten. Dann darf der für mich dann Content machen. Okay? Finde ich gut. Genau, so machen wir das. Genau. Ja. Und... Auch... Was ich gleich ankündigen werde. Ganz wichtig. Aufpassen. Zuhören. Handy rausholen und Kalender-App starten. Hahaha. Äh... Ist... Vielleicht haben es ein paar von euch schon gesehen. Aber ich fange tatsächlich jetzt mit dem Streaming an. Ein bisschen. Häufiger. Versteht ihr? Also ich werde jetzt ein bisschen mit dem Streamer ein bisschen häufiger machen. Und ich werde Rocket League streamen. Und zwar werde ich tatsächlich hier... Dann die Straße zum Großmeister werde ich live streamen. Hoffe ich mal. Ja. Und das werde ich anfangen voraussichtlich. An einem... Nicht an einem. Nicht an einem. Sondern an dem Sonntag. Also... Nächste Woche. Genau. Also könnt ihr, wenn ihr Bock habt... Könnt ihr da mal reinschalten. Und... Äh... Ja. Warum nicht, ne? Warum nicht? Habt ihr Bock drauf? Ich hab da Bock drauf. Ja. Und neben dem Streaming kommt halt... Der gewöhnliche YouTube-Kedöns. Also... Crisis, Fallout und den ganzen Kack, den ich halt gerade spiele. Ah ja, schön. Hahaha. Okay. Cool. Ja. Ziemlich lässig. Da kann man nochmal spielen. Da kann man nochmal spielen. Da spielen wir nochmal eins. Ja. Also sprich, das Video hier, das dient jetzt eigentlich nur als kleines Infovideo wieder kurz. Also sprich, um anzukündigen. Ich hab bestandene. Es kommt wieder mehr Content. Und es gibt die Livestreams. Ja. Also, dass ihr da mal wieder... Dass ihr vielleicht mal wieder aufatmen könnt. Weil ihr euch vielleicht jedes Mal fragt, was ist eigentlich mit diesem Spasten los? Warum kommt da nichts mehr? Was soll denn das? Verdient er etwa schon so viel YouTube-Money, dass er sich einfach einen Kack um seine... Um seine Community schert? Steht ihr? Das ist das. Und das will ich halt eben nicht. Das will ich halt eben nicht. Wow. Wow. Fancy. Ne? Also... Damit ihr jetzt wisst, jetzt geht's wieder rund. Jetzt geht's wieder richtig rund. Ja. Und für die Leute, die skeptisch sind und fragen... Ja, Moment mal. Warum sollte ich jetzt ausgerechnet dich, lieber Ben, warum sollte ich deinen Twitch-Kack jetzt mit Rocket League angucken? Was zeichnet dich aus? Warte, ich tu mich jetzt mal kurz vermarkten. Ähm, was mich auszeichnet ist, dass ich in Rocket League... Ich bin ja aktuell mit meinem höchsten... Mit meinem höchsten... Das war absolut legendär. Ah, das war ziemlich legendär. Ähm, mit meinem höchsten Modus. Also es gibt ja 3 gegen 3, 2 gegen 2 und 3 gegen 3 einzeln. Ähm, bin ich Champion 3. Also sprich, ich bin in der vorletzten... Im vorletzten Level. Und ich gehöre da sowas von nicht hin. Das weiß ich. Meine... Spielerischen Fertigkeiten, ne? Sind einfach nicht mal ansatzweise... Natürlich, natürlich. Absolut geplant. Absolut geplant. Ja, ähm... Ja, 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 ja. Und deswegen ist es bei mir sehr interessant zuzuschauen, weil ich kann mich trotzdem irgendwie halten. Das ist das Tolle daran. Irgendwie kann ich mich trotzdem halten. Also ich habe jetzt kein Boosting-Service... 40 Mal verwendet. Sondern... Ich... Irgendwie bin ich... Irgendwie bin ich gut. Irgendwas macht mich gut. Und das ist das Tolle. Alles klar. Das war ziemlich legendär. Der war doch gut. Ja, genau. Also wie gesagt, dann müsst ihr euch mal selber... Ich meine, ihr seht es ja jetzt auch hier, wie ich so spiele. Die Gegner sind... Sind... Absolut... Besser. Also wirklich. Da ist alles besser. Alles klar. Was zum Teufel. Schau, das... Das, was gerade gemacht wurde. Das kann ich im Leben nicht. Das... Das kann ich nicht mal im Traum, glaube ich. Also ich... Also ich... 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 Ich verarsche nicht. Also wirklich. Das... Alles, was die da machen. Das kann ich... Ich kann es nicht. Und das ist das Tolle daran. Man kann... Ich bin trotzdem irgendwie gut. Irgendwas macht mich gut. Okay. Okay. So, jetzt habe ich mal wieder kurz 20 Sekunden nichts gesagt, weil ich mich so konzentrieren muss. Das tut mir so leid. Das... Ist echt keine Absicht von mir. Genau. Ja. Oh nein, nein. Yay. Yay. Woo. Genau. Und dann könnt ihr mal schauen. Vielleicht... Vielleicht sagt ihr... Nee, Streaming ist gar nichts für dich. Oder Streaming ist mega. Und lass den YouTube kack. Und nur noch streamen. Kann auch sein. Weiß ich nicht. Vielleicht... Vielleicht streame ich auch nur noch meine Let's Plays. Und tue halt dann das gestreamte Hochladen auf YouTube. Keine Ahnung. Ich bin da sehr offen für... Für... Für Anregungen. Und den ganzen Kack. Okay. Ui, schön. Ja, ja, so ist es, ne? Weißt du, jetzt denkt ihr euch, mein Gott, unterhalte uns doch, du dämlicher Sack. Autsch. Ja, der war schön, ne? Der war schön, der war schön, da kann man echt nichts sagen. Autsch. So, das kriegen wir noch hin. Ronaldo. Alter Schwede, alles. Natürlich! Oh Gott. Huh. Wahnsinn, also das war doch mal wieder ein Ding seinesgleichen, ey. Ja. Schau, das, was der macht, das, was die da alle machen, das kann ich nicht mal im Traum. Ich kann es nicht mal. Ich kann nicht mal nachvollziehen, wie man so seine Finger bewegen kann. Versteht ihr? Das ist der Witz. Das ist dieser ganze Witz daran. So, vielleicht. Ja, oder man macht es halt so, ne? Okay, kann man auch machen. Alles klar. Nein, das gibt keine Revanche, tatsächlich nicht. Eine kleine Kuh, yay, die macht muh, yay. Es wird mir leid. Ja, genau. Also, so viel zum Thema. Also, es gibt jetzt wieder ein bisschen Content. Schauen wir mal, ob wir nächste Woche schon ein bisschen was machen können. Hin und wieder so ein paar Videos. Und wie gesagt, nächste Woche Sonntag. Das müsste der wievielte sein? Achte, siebte, achte? Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Bitte mal anmarkern. Achso, wie viel Uhr? Das wäre vielleicht auch noch gut. Ja, so später. Machen wir 20 Uhr? Primetime, 20.15 Uhr? Machen wir Sonntag, 20.15 Uhr. Das würden wir mal so grob anfallen. Wenn nicht, dann bitte auf Twitter und Facebook und meine gesamten Social Media Kanäle folgen. Genau. Vielen Dank für's Zuschauen. Hat mir gefallen. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder bei. Rocket League mit mir dabei seid. Noch mit einer kurzen Slow-Mo-Fahrt und meiner geilen Maus, die man echt sich verziehen könnte. Ay, komm, ist das geil, oder? Mit dem Rombriero. Mh, geiler Booty. Ja. Ja, wie gesagt, mein Name ist Ben und ich sage für heute auf Wiedersehen. Tschüssi!